Warum soll ich im Alter schlechter drankommen als in jungen Jahren? Heidi R. ist 80 Jahre alt und muss wieder einmal den Kürzeren ziehen. Wie jedes Jahr wartet die Pensionistin auf die Berechnung ihrer Witwenpension, gewohnt auf analogem Wege der Post. Doch dieses Jahr bleibt der Briefkasten leer. Die einzige Antwort, die Heidi beim Kundenservice ihrer Versicherung bekommt, informieren sie sich online. Für die 80-Jährige aber unmöglich, denn wie viele andere Menschen in ihrem Alter besitzt die Pensionistin kein Internet. Es sei allerdings nicht das erste Mal, dass die Seniorin wegen der Digitalisierung benachteiligt wird. So erzählt die deutlich verzweifelte Pensionistin der Krone, dass sie deshalb zuvor sogar schon auf den Reparaturbonus verzichten musste. Das finde ich unbegreiflich, es wird einfach auf uns vergessen, sagt die 80-Jährige dazu. Dabei ist ihre durchaus finanzkräftige Gruppe groß. 1,81 Millionen in Österreich lebende Menschen waren im Jänner 64 Jahre oder älter. Laut Statistik Austria surfen etwa 78,7 Prozent der 65- bis 74-Jährigen in Österreich im Netz. Wie es in den höheren Altersklassen aussieht, ist unklar. Klar ist, dass Ältere bei uns immer massiver von Ausgrenzung gefährdet sind. Die Altersdiskriminierung ist seit der fortschreitenden Digitalisierung auf dem Vormarsch, warnt auch Ingrid Korosek, die Präsidentin des österreichischen Seniorenbunds. Wer nicht von Natur aus technikaffin ist oder das Glück hat, familiär unterstützt zu werden, ist zunehmend benachteiligt oder sogar ausgeschlossen und wird damit diskriminiert. In einem Brief an die zuständige Grünministerin Leonore Gewessler appelliert sie daher, ich fordere sie dringend auf, die Antragsmöglichkeiten auch in analoger Form anzubieten. Zwar sei die Digitalisierung durchaus zum Vorteil für die ältere Generation, ein Zwang jedoch unzumutbar. Die nächsten 10 bis 15 Jahre, so Korosek, müsse es daher analoge Alternativen für digitale Angebote im behördlichen Bereich geben. Obwohl dies eine Selbstverständlichkeit sein sollte, muss Korosek heuer einmal mehr Kritik an der Politik üben. Denn selbst auf den Sanierungsbonus, der mit Anfang dieses Jahres für jeden Bürger zur Verfügung stehen sollte, müssen Pensionisten wie Heidi wieder einmal verzichten. Denn auch dieser ist einzig und allein im Internet anzufordern.